Heute ist der 14. Februar. Das ist nicht nur der Geburtstag von Hans Kankl, das ist auch der Valentinstag. Ich wünsche daher allen einen wunderschönen Valentinstag und verweise gleich auf morgen, auf den 15. Februar, dort findet im Niederösterreichischen Landtag die Veranstaltung unter dem Motto Politik hört zu statt. Politikerinnen und Politiker sollten nicht nur den Mund offen haben, sie sollten auch offene Ohren haben. Deshalb werden morgen im Niederösterreichischen Landtag im Plenarsaal Jugendliche aus ganz Niederösterreich Platz nehmen, um politische Themen zu diskutieren. Auf der Tagesordnung steht Europa, auf der Tagesordnung stehen die Themen Energie und Umwelt und auch Social Media. Was bedeuten Facebook, Twitter, YouTube und Co. für die weitere Entwicklung der Gesellschaft? Und die Abgeordneten werden auf die Zuschauerplätze Platz nehmen und zuhören. Ich werde dort mit dabei sein und ich lade jede und jeden ein, online mit dabei zu sein. Morgen, 15. Februar, ab 10 Uhr im Livestream unter www.landtag-noe.at Ich wünsche allen viele neue Ideen und neue Erkenntnisse aus dem morgigen Jugendlandtag.